Ja, hallo alles zusammen, das ist wieder mal ein Meinungsvideo und zwar geht es heute um das Thema Drogen und Erkenntnisse beziehungsweise, naja, Halluzinogene und Erkenntnisse, weil viele Leute haben, glaube ich, die Einstellung, dass sie allein durch Drogenkonsum beziehungsweise durch, naja, Halluzinogene wie LSD, Ayahuasca, Salvia auch und andere Substanzen Erkenntnisse haben können, ohne dass sie quasi damit Informationen reingehen, die sie quasi, naja, verarbeiten wollen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Was meine ich damit? Es ist ja bekannt, dass zum Beispiel auch viele, ich sag mal, mächtige Menschen oder viele Menschen, die gute Ideen hatten, die dann sehr viel Geld eingebracht haben, zum Beispiel LSD konsumiert haben, wie zum Beispiel Steve Jobs, das weiß man ja, dass der mal so eine Zeit hatte, wo er wohl auch regelmäßig so etwas konsumiert hat. Die Beatles haben ja zum Beispiel auch sehr viel LSD konsumiert und auch andere, ich sag mal, berühmte Künstler. Allerdings ist ja da das Ding, zum Beispiel Steve Jobs hatte sich ja schon immer beschäftigt mit Computerkram und hatte ja jede Menge Informationen in seinem Kopf, sag ich mal, aus denen er dann auch in einem LSD-Rausch quasi schöpfen kann. Das heißt, er hatte danach ja wohl, oder er hatte wohl mal bei einem LSD-Trip quasi das Design von dem iPhone vor Augen. Aber das lag ja daran, dass er sich damit schon seit Jahren eigentlich beschäftigt hatte und quasi das LSD der Sachen aktivieren konnte, die schon da waren. Weil heutzutage die Wissenschaft sieht das ja ungefähr so, dass halluzinogene Drogen quasi die Filter wegnehmen. Also das Gehirn kann ja nicht alle Informationen im normalen Alltag, sag ich mal, verarbeiten, die auf es einprasseln. Also wenn man was sieht, das Auge hat eigentlich eine höhere Auflösung als das, was wir wahrnehmen. Das liegt aber daran, dass wenn wir jetzt alles wahrnehmen würden, dann wäre keine Kapazität mehr da für andere Sachen, zum Beispiel, naja, für so Alltagsroutine auch, für, naja, ich sag mal, so normalen Kram, den man braucht, oder auch Kommunikation mit anderen Menschen. Das kennt man ja auch, wenn ihr schon mal LSD genommen habt, dann kennt ihr das ja bestimmt, dass ihr nicht mehr wirklich mit anderen Leuten reden könnt, auch wenn ihr im Kopf tausend Gedanken auf einmal habt und zehnmal so schnell denkt, sag ich mal, ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, und auch das Gefühl habt, dass ihr gerade wesentlich mehr wahrnehmt, aber ihr könnt trotzdem nicht einen normalen Satz formulieren oder sagen, jo, mir geht's gerade richtig gut, oder so. Es funktioniert einfach nicht. Aber das liegt dann halt daran, dass die ganze Wahrnehmung schon so viel ist, dass man den anderen Kram nicht noch zusätzlich machen kann. Das ist halt, wenn LSD, sag ich mal, so wirkt, wie es am nützigsten ist, sag ich mal. Es gibt aber auch viele Leute, die nehmen zum Beispiel LSD und dann haben sie Halluzinationen und Einbildungen und das sehe ich auch oftmals bei Menschen, die halt da auch naiv rangehen und nicht unbedingt mit Vorwissen aus bestimmten Bereichen rangehen, wo sie Erkenntnisse haben wollen, sondern die quasi auch teilweise mit nicht wissenschaftlich beweisbaren Gründen rangehen an so einen Trip und dann erwarten, mit der Geisterwelt oder mit anderen Dimensionen oder sonst was zu kommunizieren oder irgendwie, naja, keine Ahnung, die Astralwelt zu bereisen oder so ein Kram. Und das ist dann halt auch oftmals etwas, wo ich persönlich dann auch sehr kritisch bin und auch sehr skeptisch, weil ich denke, wenn man schon anfängt mit Dingen, die man nicht beweisen kann und wo man auch niemals einen Beweis für bekommen wird, weil man solche Sachen halt nicht messen kann, wie Astralreisen oder dass jemand angeblich außerhalb von seinem Körper war oder so, wovon Leute ja berichten, dann kann man sich eigentlich alles einreden und auch einbilden. Das heißt, egal, was man dann auf einem LSD-Trip erlebt, ich nehme jetzt mal LSD als Beispiel, weil ich persönlich da auch relativ viel Erfahrung mit habe aus früheren Zeiten, sage ich mal und halt auch, weil ein CP-LSD eine relativ lange Zeit legal war und ich das auch mal gut angetestet habe, deswegen kann ich da auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber dass wenn man halt schon mit einem nicht wissenschaftlichen Geist oder ich sage mal Mind daran geht, dass das auch sehr leicht in eine Richtung eskalieren kann, wo man wirklich nicht mehr weiß, was real ist und wo man Dinge annimmt, die absolut nicht der Realität entsprechen und möglicherweise auch toxisch sind. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man wäre unsterblich und man würde auch nach dem Tod, als man selber, weiter existieren, dann halte ich das persönlich zum Beispiel für eine gefährliche Einstellung, weil man dadurch möglicherweise sein Leben nicht voll ausschöpft, weil man halt davon ausgeht, dass man unendlich lange lebt. Wo ich persönlich sagen würde, ich bin zwar oder ich würde mich selber zwar nicht als spirituellen Mensch bezeichnen, aber ich habe ja trotzdem philosophische Konzepte in meinem Kopf. Ich schreibe ja auch philosophische Essays zum Beispiel und mache mir Gedanken, die allerdings nicht spirituell sind. Das heißt, ich persönlich denke auch, dass zum Beispiel Bewusstsein allumfassend ist und dass jeder eigentlich quasi als einfaches Bewusstsein unendlich lange lebt. Weil Materie, und da müsst ihr euch mal meine Essays mal reinziehen, falls ihr jetzt das nicht genau nachvollziehen könnt, was ich damit meine, aber ich habe das ja schon mal niedergeschrieben alles, aber dass quasi Materie an sich Bewusstsein hat, weil warum sollte Bewusstsein nur dann entstehen, wenn aus der Materie Lebewesen hervorgehen, sondern ich gehe wirklich davon aus, dass eigentlich alles Bewusstsein hat, weil im Universum kann Energie ja auch nicht verloren gehen, Energie wird immer umgewandelt und ich glaube auch Bewusstsein ist einfach immer da und wird dann aber nur ab einem bestimmten Punkt bewusst bewusst, so habe ich es ja ausgedrückt auch in dem einen Essay, das ich geschrieben habe, Leben und Bewusstsein im Universum. Könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen, geht sechs Minuten und da habe ich quasi alles an Erkenntnissen, die ich persönlich in meinem Leben hatte, mal niedergeschrieben, wie ich denke, dass quasi das Universum aus einer philosophischen Perspektive funktioniert. Aber das heißt ja dann nicht, dass wenn alles Bewusstsein hat, dass der Charakter, den man hat, dass ich, also ich bin Torben, dass das dann, wenn man stirbt und das Gehirn verwest und quasi alles wieder in den Materiezustand übergeht, dass dann Torben noch da ist, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, ich bin gebunden an mein eigenes Gehirn und wenn mein Gehirn verrottet, wenn mein Gehirn nicht mehr da ist, dann bin ich auch nicht mehr da. Das heißt ja dann nicht, dass mein Bewusstsein nicht mehr da ist, aber von Torben ist da nichts mehr übrig. Und ich halte es halt für gefährlich, wenn, das sind halt spirituelle Menschen meist, wenn diese Menschen dann denken, alles wäre quasi ewig und alles ist auch Liebe, habe ich auch schon öfter gehört und Harmonie und sonst irgendwas, anstatt dass man sich einfach sagt, ja, wahrscheinlich ist Bewusstsein überall vorhanden, aber ich muss mein eigenes Leben trotzdem nutzen, weil ich nur dieses Leben als meinen eigenen Charakter habe und vielleicht wird quasi die Materie, aus der ich jetzt bestehe, mal in einer Milliarde Jahre ein neues Lebewesen, aber das hat dann nichts mehr mit mir zu tun. Also das ist eher jetzt nochmal meine eigene Einstellung zu der ganzen Thematik, aber ich hoffe, das interessiert euch und ja, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal so an Material, sag ich mal, zum Verdauen. Ja, da kommen noch mehr Videos in die Richtung, denke ich mal, es wird demnächst auch wieder was kommen zum Sinn des Lebens, sag ich mal, weil ich mir da ja auch immer Gedanken drüber mache, oder beziehungsweise Sinn von Leben generell, warum existiert Leben. Zieht euch meine Essays rein und ja, dann wünsche ich euch allen erstmal noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit, bedanke mich für euch allen fürs Zusehen und fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.